Grüß Gott und herzlich Willkommen bei TeamDirect. Heute geht um das Thema Staubabsaugen. Wie kann ich mir helfen, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, ein technisches Hilfsmittel, einen sogenannten Bauinstauber oder Staubsauger an das Werkzeug anzuschließen? Dies ist der klassische Fall beim Hammer und Meißeln oder mein Werkzeug verfügt über kein Adaptersystem zum Anschluss eines Staubsaugerschlauches. Hier kann ich mir effektiv helfen, indem ich die von TeamDirect entwickelte Staubfangbox mit dem dazugehörigen Axiallüfter einfach miteinander verbinde und nah an die Position des Arbeiten fixiere. So habe ich eine effektive Staubabsaugung, die mir einen erheblichen Teil des Schwebestaubes schon am Ort des Geschehens absaugt. Mit einem Nasen-Mund-Schutz bin ich optimal geschützt während meiner Arbeit. Vielen Dank, auf Wiedersehen.